Hallo, mein Name ist Tayo und in diesem Video zeige ich euch, wie man die Premium-Funktion von der Streaming-Plattform Deezer vollkommen kostenlos nutzen kann. Bevor wir jetzt aber direkt und sofort losstarten, möchte ich euch noch ganz schnell auf meinen Abonnieren-Button aufmerksam machen. Wenn ihr den nämlich mit aktivierter Glocke betätigt, unterstützt mich das. Vielen Dank und los geht's! Um Deezer Premium gratis nutzen zu können, geht man zunächst auf die Webseite von Deezer. Hier vorab noch ein Hinweis. Diese Methode ist ganz offiziell und legal. Sie wird direkt von Deezer so angeboten. Direkt auf der Startseite sieht man schon den Button für Deezer Premium. Auf den wird geklickt und im Windeseiler ein Account erstellt. Wichtig, man darf bisher noch keinen Account mit der registrierten E-Mail-Adresse gemacht haben. Zack und schon haben wir Zugriff. Jetzt aber noch unbedingt dranbleiben, denn es fehlt noch ein Schritt, damit es nach den 30 Tagen nicht zahlungspflichtig wird. Unter Konto verwalten muss man noch zum Feld Angebot kündigen und nach nur einem Klick hat man Zugriff auf dieser Premium, ohne dafür zu bezahlen. Für mehr solcher Videos empfehle ich euch einen Blick in meine Playlist zu werfen. Diese habe ich hier oben und unten bei mir in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt freue ich mich natürlich noch über einen Daumen nach oben. Vielen Dank! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020